Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute mit vielen, vielen neuen Informationen. Ich hatte ja gesagt, auf der Gamescom wird es wahrscheinlich sehr viele neue Informationen für uns geben zu Season 1 von The First Descendant. Deswegen starten wir direkt rein, ohne viel rumzureden. Wir haben neue Informationen dazu, was in der Saison der Invasion neu dazukommt. Und das wissen wir ja schon. Es wird neue Dungeon Typen geben. Und jetzt wissen wir auch, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Und zwar wird jeden Tag ein anderes Dungeon, beziehungsweise zwei Dungeons hier in diesen Infiltrationsereignissen abgeändert in ein neues Invasionsdungeon. Das Ganze gilt natürlich nur für die schweren Dungeon. Und zwei von diesen, von diesen Missionen werden umgewandelt in eine neue Invasionsmission und können zweimal pro Tag abgeschlossen werden. Das heißt insgesamt könnt ihr das viermal machen. Das Ganze ist, wie schon bereits erwähnt, nur Solo machbar. Das heißt, ihr könnt es nicht im Multiplayer spielen, sondern wirklich nur Solo abschließen. Und das hatte ich euch ja auch schon gesagt, diese Invasionen gehen auf Zeit. Also nicht auf irgendwelche Monster-Kills oder Punkte oder so, sondern wirklich nur so schnell wie möglich durchzukommen. Dann haben wir einige Bewegtbilder zu Hayley, beziehungsweise zu ihren neuen Fähigkeiten. Die werde ich euch einfach mal hier oben einblenden, damit ihr die einmal gesehen habt. Da will ich gar nicht zu viel drauf eingehen, weil das werden wir ja alles sowieso sehen, wenn wir dann Hayley freispielen. Dreh sich natürlich alles um Eisattacken. Keine der Attacken war jetzt so, dass ich die extrem krass fand. Die zweite fand ich ganz spannend, wo sie erst die Gegner quasi stunnt um sich herum und dann mit ihrer Feuerwaffe draufschießt. Ich kann mir vorstellen, dass das in Massen ganz cool ist, je nachdem wie da die Abklingzeit ist. Aber ja, könnt ihr einfach selber mal schauen, was da so gibt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie man das Ganze on the fly gegen Gegner, wenn man unterwegs ist, nutzen kann. Da wird es ja dann drauf ankommen, wie cool die ganzen Sachen performen werden. Im letzten Video hatte ich ja schon gesagt, dass es irgendwas mit den neuen Fähigkeiten auf sich haben wird. Den Charakter werdet ihr buffen können und da haben wir jetzt ganz harte Facts dazu, wie das Ganze vonstatten geht. Und zwar gibt es solche neuen Ironheart Partikel, die ihr in diesen neuen Dungeons bekommen könnt. Das heißt, man ist quasi, ja nicht gezwungen, aber es macht schon Sinn, diese neuen Dungeons jeden Tag zweimal zu machen, um diese Partikel zu bekommen. Denn mit den Partikeln könnt ihr verschiedene Sachen stärken. Einmal gibt es Jagen, das verbessert die Grundwerte. Einmal Attribut, das verbessert die Attributresistenzen des Nachkommens. Dann einmal Erholung, das verbessert wie gesagt die Erholung des Nachkommens. Dann gibt es Überleben, da bekommt man einen Verteidigungs-Buff, der unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird. Und Saison erhält einen Effekt, der für Invasions-Dungeons nützlich ist. Da wissen wir also noch nicht genau, was damit auf sich hat. Das Ganze nur in Season 1. Das heißt, das Ganze wird nach Season 1 wieder weg sein. Finde ich ganz spannend. Könnt ihr mir eigentlich vorstellen, dass das so ein Ding ist, was eigentlich auch nach der Season noch da sein könnte. Weil ich das ganz cool finde, dass man jeden Tag vier Dungeons machen kann, um seinen Nachfahren, um verschiedene Nachfahren zu buffen. Da kommt es natürlich darauf an, wie viele Partikel braucht man, wie viel kriegt man, wie lange hält das. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und dann kommt es, es wird ein neuer Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Der Ganze nennt sich ETA 0 und soll sowas wie ein Testgelände sein. Noch schwerer sein als der schwere Modus. Und dort gibt es dann auch den Händler. Also da bin ich, das finde ich sehr cool, wie sie es implementiert haben. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, dass ein Händler kommen wird, wo man dann Bauteile kaufen und verkaufen kann. Und hier wird das alles so gemacht, dass man da erst hinkommt, wenn man auch wirklich in diesen sehr, sehr schweren Modus reinkommt. Der wird immer wieder ein anderes Angebot haben. Also das wird sehr, sehr cool. ETA 0, ein neuer Schwierigkeitsgrad. Und in diesem ETA 0 gibt es dann den Händler, wo wir unsere Bauteile loswerden und wo wir Bauteile auch kaufen können. Und sein Angebot wird sich immer wieder wechseln. Finde ich sehr, sehr spannend. Und es gibt in diesen Infiltrationen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe ETA 0 besondere Items und Beute, die es nur dort gibt. Da bin ich sehr gespannt, was wir dort bekommen können. Ich könnte mir vorstellen, obwohl eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, aber was ist, wenn irgendwann Nachfahren oder Waffen kommen, die man nur dort bekommen kann. Oder das, was ich ja schon vor Längerem gesagt habe, rote Reaktoren, rote Waffen und rote Komponenten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man die dort dann endlich bekommen kann. Würde ja Sinn machen, wenn es einen höheren Schwierigkeitsgrad gibt, dann müssen wir natürlich auch stärker werden. Und das könnte man aktuell natürlich machen mit roten Reaktoren, roten Komponenten und auch roten Waffen. Sehr, sehr cool. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Downer, da werde ich euch einfach mal hier die Tabelle einblenden. Das Ganze ist ja gesplittet in verschiedenen Updates, das wissen wir ja schon. Leider muss man aber sagen, haben wir zwei Dinge, die erst ganz am Ende kommen. Und zwar Ultimate Trainer und auch dieser ETA 0, ja dieser erhöhte Schwierigkeitsgrad, kommen beide erst im dritten Update am 30. Oktober. Also am Ende des Oktober kommt erst Ultimate Trainer und ETA 0. Ihr seht selber in der Tabelle, am Anfang haben wir Hayley, das ist ganz cool und auch diese Invasions-Dungeons, das ist ganz cool. Und auch natürlich dann den neuen Boss und auch die neuen Waffen. Aber Ultimate Trainer und auch ETA 0 kommt erst am 30. Oktober. Das ist ein wenig schade. Dann eine sehr, sehr coole Änderung. Es wird nochmals was an den Splittern geändert. Und zwar wird es so sein, dass wenn ihr auf Schwer einen Turm abschließt, ihr genug Splitter bekommt, um dann den äquivalenten Fusionsreaktor damit zu starten. Das heißt immer ein Turm, ein Reaktor. Das heißt am Turm werden entweder nochmals die Splitter erhöht oder der Reaktor werden die Kosten reduziert. Finde ich sehr cool. Und ich glaube, das ist das Krasseste eigentlich, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle, dann können wir auch, wenn wir keine Splitter haben, immer wieder diesen leeren Fusionsreaktor starten und gegen den Boss kämpfen. Weil gesagt wird, dass die Splitter erst abgezogen werden, wenn man diese Kugel nutzt und nicht, wenn man den Reaktor startet. Gerade zum Farmen von verschiedenen Materialien ist das sehr cool, weil gerade auf Normal gibt es dort Bosse, die ihr immer und immer wieder ganz, ganz schnell hintereinander holen könnt und so halt Material farmen könnt, ohne dafür überhaupt Splitter einsetzen zu müssen. Das könnte sehr krass werden. Ich hatte das in meinem letzten Stream gemacht in Kingston und dort, ich glaube, Kohlenstoffverbunddingsbumsdinger geholt. Und da konnte ich den Boss immer wieder machen, aber es hat leeren Splitter gekostet und das wird jetzt in Zukunft nicht mehr so sein. Ich hatte euch beim letzten Mal ja schon gesagt, dass man hier bei den schweren Infiltrationseinsätzen die Prozentzahlen nicht mehr selber hier zünden muss, sondern dass es eine voreingestellte Möglichkeit gibt. Und das wird jetzt auch am 29. kommen. Einmal 0%, einmal 125% und einmal 250%. Das heißt, auf 250% sollten wir eigentlich immer auch die maximale Belohnung bekommen, denke ich mal. Und das Coole ist, das Ganze gilt natürlich auch für das öffentliche Matchmaking. Das heißt, wenn ihr 250 eingebt und dann auf öffentlichen Operationseinsatz starten geht, dann werdet ihr da auch mit einer Gruppe zusammengeschmissen, die alle auf 250% spielen. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann kommt eine Änderung rein. Ich glaube, das wird viele freuen, wenn ihr bei eurem Nahfahren in Zukunft einen Modul-Slot hier macht. Dann könnt ihr ja jederzeit diesen Modul-Slot ändern. Sagen wir mal hier dieses C gegen ein R. Wenn ich das jetzt machen würde, dann könnte ich in Zukunft, ich mache das jetzt nicht, aber wenn ihr in Zukunft nach dem 29. nicht jetzt machen, sondern nach dem 29. das macht, dann könnt ihr jederzeit zwischen C und R hin und her switchen, ohne Level 40 zu sein und ohne einen Kristallkatalysator nutzen zu müssen. Ihr müsst euch natürlich entscheiden, wenn ihr euren Charakter baut, aber ihr könnt so theoretisch auf allen Sockeln jeden Typen drauf bauen und so ganz frei nach Belieben so eurem Bild bauen, wie ihr das gerne möchtet. Ich glaube, da freuen sich einige drüber. Dann gab es einige Buffs. Shaber wurde gebufft, Blair wurde gebufft und Ajax wurde gebufft. Ich gehe da jetzt nicht genau auf die Buffs drauf ein. Ich werde dann einfach mal die Buffs unten verlinken. Könnt ihr euch selber anschauen, aber die drei Charakter werden gebufft und das war's. Dann gab es noch ein paar Bugfixes, aber das war's im Großen und Ganzen. Das können wir alles in der nächsten Season erwarten und Leute, ich bin übelsthyped. Ich finde es übel schade, dass wir Ultimate Trainer und auch die neuen Schwierigkeitsgrad erst am 30. Oktober bekommen, aber ich habe unfassbar Bock. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall Twitch ab. Ich werde ab dem 29. sobald die Season live geht, natürlich sofort am Start sein und reingrinden. Ich habe übel Bock, ich hoffe ihr auch. Wenn ihr nichts zu so 40 Cent verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Und ich sage bis zum nächsten Mal.